Oh geil! Was? Kentao? Achso, dieser Kentao kommt verraten. Was? Aua! Ich bin ja schon wieder aus dem Namen gekriegt. Volle Kraft! Genug, verdammt! Aua! Aua! Ich gebe nicht auf! Wenigstens treffe ich das dumme Mist wie diese Scheißdrachen. Nein, das sind keine Scheißdrachen, das sind hübsche Drachen, aber... Oh, Barret! Ähm... Maximale Wunsch! Das war's! Nimm das! Ich könnte eigentlich mal ein Schwert... Nehmen. Ah, hallo. Dauer. Nicht übertreiben! Übernehmen mal! Ähm... Spitterlada. Das wäre kurz los. Ähm... Chakra? Nee. ich muss jetzt echt warten bis den scheiß ich da weg jetzt ich mache das richtig habe ich nichts was irgendwie schild recht recht gut ja gut es muss ich warten ich kann für alle aufladen das tut weh hat schon vor aber ich habe nämlich alle ihre so jetzt das recht haben wir hier entfesselung entfesselung war vielleicht nicht zu luft zehn grifffertigkeiten da guck mal ich hasse jetzt wenn so kack gegner so schilder haben die kann man bestimmt irgendwie kaputt machen aber ich weiß nicht wie hat sich jetzt eh erledigt ja warte ich kann noch nichts sehen und jene die den planeten heilen wollten trafen dort auf die plage die plage wandelte ihre gestalt trug die gesichter toter geliebter sie streute ihre saad aus in uns und den menschen ach das ist ding mutter doch die plage tat dies nicht sie bliebten fern hier schweigen den atem an später gab man ihr einen namen er lautete jenova genau ihr die ihr sie nicht erseht hütet euch vor der reunion denn die saad der plage kalt und wächst zu einem unheilvollen ganzen ähm ich glaube mal dass der dritte teil reunion heißen wird oder nö okay und das so eine scheisse muss ja 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 leidigende wort mit f sagen Alter, warum ist denn der so schnüllll? Aua! Alter, warum bin ich denn so im Arsch? Oh, Barret, äh, wer hat es gehalten? Maximale Wut. Aua! Äh, ich brauche mal kurz Gegenstände. Nämlich so einen Treib. Ich hätte mein Limit. Jetzt wird abgerechnet. Das hat echt erstaunlich wenig gebracht. Aua! Ähm, ich kann jemanden bestören? Ach stimmt, ich kann Chocobon Mugri beschwören. Ja, komm. Machen wir das mal! Ach, R1 blockig. Loll. Schon wieder vergessen. Ah, tiefer. Ähm. Ich müsste mich eigentlich heilen. Ja, ich müsste mich eigentlich heilen. Schönen. Ich gebe nicht auf. Ich zähle auf dich. Äh, SP-Fähigkeiten. Aua! Aua! Zieh nicht zurück. Oh ja, das scheiß Schild jetzt gar nicht mehr. Was? Aua! Äh, SP-Fähigkeiten. Aua! 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 Nein, das ist noch ein Scheiß-Fick-Schild nicht! So. Gegenstände. Megatrank nämlich an Barret. Aua! Aua! Ich habe ein Limit. Oh nein, ich warte noch kurz, bis der im Schock ist. Das haben wir nämlich gleich. Na also. Äh, Limit. Und. Irgendwelche letzten Worte. Ah, und Schocko-Wohnen. Ja, genau. Und Schocko-Wohnen. Mogri ist auch schön durch. Barret hat auch sein Limit. Bis bald. Barret. Limit. Cloud. Ah! 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 Ja! Ich mag die Moos-Dinger nicht. Hier ist irgendwo was zum hin-AND setzen und zum... Re-genuri-an. Da hinten. Zack! Ist das schon kaputt... Okay. Oh, einmal hinsetzen. Ja, versuch zu wenige Tränke wie möglich zu nehmen. Aber manchmal ging nicht. Also es ging nicht anders. Weisend runtergesetzt. Nice. Ja, da brauche ich eigentlich nicht, aber die eine Phönixfeder nehme ich gerne mit. Megatrank. Was scheiße, wenn man auf so der Gille auf einmal achten muss. Okay. Ich gehe wieder zurück. Ups. Was ist eigentlich für ein Unglück, das vom Himmel kam? Was meinen die denn damit? Die Feinde des Planeten in ihre Schranken zu weisen, ist unsere Bestimmung. Das sind doch die einen. Die Kiege versuchten uns daran zu hindern. Denn ihre Gebete riefen sie. Die schwarze Materia. Mhm. Okay. Und deshalb beschlossen wir, sie auf ewig zu verbergen. Die boshafte schwarze Materia wird... ...den Meteor rufen. Dieser wird als dann niederfahren. Um die Erde zu spalten. Und alles Leben wird vernichtet werden. Alles bis auf meines. Und dann... ...bricht endlich die Herrschaft des Sohnes von Genova an. Doch ich werde nicht nur diese Welt beherrschen. Sondern auch die, die bislang versucht haben, sich dem Griff des Schicksals zu entziehen. Wie meinst du das? So wie Genova... ...werden auch die Welten... ...sich wieder vereinen. Die Reunion. Danach wartet nur noch Ewigkeit. Ewig ist... ...nichts? Ja. Zumindest... ...noch nicht. Du irrst dich. Du bist im Unrecht. Ihr werdet hier heute sterben. Aber... ...fürchtet euch nicht. Ihr kehrt bloß zum Planeten zurück. Zephyros! Oh, nett! Das ist super ekelhaft. Ihhh... Aua... ...hör auf, das zu machen, Alter! ...oh, tiefer! Oh, Barret! Schockschuss! Schockschuss! Und tiefer! Aua! Oh nein, geht gerade nicht? Okay. Zwischensequenz. Oh! Zwei davon? Na! Okay! Verziehen dich! Oh! Warum denn? Aua! Aua! Barret! Gib mir bitte einen Trank! Danke! Es ist im Schock! Und ich habe mein Limit! Ja, nice! Was? Aua! 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 Auf ungewärm des Talas! Wir sehen nicht! Äh... Fertigkeit... Maximal! Warum ist das eigentlich immer noch da? Also! Übernehm mal! Äh, Fertigkeiten, Rückwärtshalte. Ähm... Wo bin ich eigentlich hier? Und nochmal! Au! Tief war der Limit. Wo bin ich denn da? Aua! Hör auf zu lachen, Alter. Äh, Barret, ich bräuchte mal kurz wieder ein Gegenstand von dir. Danke! Das ist vorbei! Wo bin, wo bin, wo bin? Au! Oh, mein Kaponisk. Kaponi! Limit! So. Du gehst bloß zurück. Jetzt! Vergesst es! Roger, ich übernehme! Yay! Sehr schön! Der Planet muss noch auf uns warten! Hihihi! Wer uns aufhalten will, muss schon ne ganze Ecke früher aufstehen! Tschüss! Schüchüchü! Oh? Ohh! Uu? Lass mich durch. Hü 맛있! Muah! Ohhh! Nu what am? Oh, Claude. Das ist nicht so gut. Das heißt nicht so gut. Der hat so einen an der Weise gerade. Der hat so einen an der Weise gerade. Finger weg. Warte! Was? Welche Tarantel hat den denn gestochen? Hey, pass auf! Entschuldigung! Weiter! Oh! Scheiße, warum bebt alles? Die Feinde unseres Planeten soll ewiger Schlaf ereilen. Fehlt die Materie, bricht alles zusammen. Ha? Das ist ein Witz, oder? Nicht? Sag, dass das ein Witz ist! Beruhig dich! Wir müssen die Materie ja zurücksetzen! Lass los! Aber erst, wenn du es tust, Kleiner! Zu spät! Wir können es nicht mehr aufhalten! Außerdem ist die schwarze Materie eine Fälschung! Du willst mich wohl reinlegen? No! Verdammte Kacke! Wir sind am Arsch! Hallihallo! Eure Rettung naht! Du? Erklär es später! Überlasst das hier bitte mir! Rennt weg! So lange ihr noch könnt! Sicher? Was wird dann aus dir? Ich bin doch bloß ein Roboter! Küppert euch nicht um mich! Du! Hätte ich mal besser Gewichte gestemmt! Lange halte ich nicht mehr aus! Also rennt! Als wäre der Teufel hinter euch her! Kommt! Ich habe uns einen Fluchtweg gesichert! Los! Gehen wir! Danke! Für alles! Ja, schon gut! Danke! Ich habe so das Gefühl, dass Klaus sich nicht zusammenreißen wird! Alter, der hat so einen an der Waffel, Alter! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Schnauze und renn schneller! Wir haben Ketschi großes Unrecht getan, nicht wahr? Ich weiß! Jetzt ist es zu spät! Ist Ketschi wirklich nur ein Roboter? Mein Gefühl zeigt es nicht. Warum so ein Fick rennt eigentlich Cloud hinter uns? Ich mag das nicht, wenn der hinter uns rennt. Huuuui! Boden wackelt ein bisschen. Ich muss uns aber nicht wirklich komplett alles wieder zurückrennen, oder? Weißt du, wie weit es war? Ich könnte vielleicht auch mal rennen. Ich bin ja, es ist halt einfach nur gelaufen. Ah, okay, nee, wir müssen nur ... Ach, da sind wir jetzt, okay. Da sind wir, hei, 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 da kam die Decke von oben. Bered, lauf, alter. So langsam, sonst reichen. Okay, der Rest ist jetzt euer Job, Leute. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ohne mich wäre der Gold Saucer nur halb so schön. Darum gibt's viele Ersatzmodelle. Oh, 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 oh. Die Ersatzmodelle ist in dich gefahren. Hast du Ers nicht zugehört? Oh, oh, oh. Das ist meine. Tja, hier. Sephiroth. Hm. Hä? Dies ist der Schlüssel. Der Schlüssel zur echten schwarzen Materia, die zwischen den Welten gefangen ist. Gib sie zurück! Hey! Gut. Die Zeit ist reif. Die schwarze Materia. Was zur Hölle? Passiert da? Es geht los. Es geht endlich los. Verliere Kontrolle! Sir, wir stürzen ab! Weg hier! Weg hier! Majan! Nein. Sephiroth. Komm, Cloud! Komm! Komm, Cloud! Ich will nicht zu ihm. Oh. Schön. Ich kann mich wehren, aber ich gehe trotzdem vorwärts. Das ist richtig scheiße. Also ich habe gerade wirklich versucht, aber es ist trotzdem vorwärts getaumelt. Ich finde es aber auch schön, dass die anderen einfach nichts tun. Ist klar. Lasst euren Freund nur zu eurem Feind laufen. Warum solltet ihr was tun? Gar kein Thema. Das ist irgendwie... Ich versuche noch zusammenzukriegen, wie sie dann in dieses Haus kommen zum Schluss. Was passiert dazu noch? Alles klar. Eres, gib sie mir. Komm zu dir! Fetze! Ja, klar. Komm zu dir. Du darfst sie nicht haben. Ich will ihn nicht spielen, nein, der legt sich echt beschissen. Ich will ihn nicht spielen. Alter, ich glaube, du bist ein Psycho. Da ist der Psycho. Ach, wie er läuft. Oh Gott. Eris! Eris. Gib sie mir. Wir stehen das durch. Ich weiß nicht, was auch passiert. Ich danke dir. Ich danke dir. Eris! Oh, Claude! Ich danke dir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020